Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde zu Dead by Daylight und wir sind wieder alle dabei. Matsumaro, unser heimlicher Anführer. Hi. Sgt. Bimi. Guten Tag. Und unser kleiner, ich weiß noch nicht, ob Mädchen oder Junge, das kann er selbst noch nicht entscheiden, Kratos und ich, Lady Serena. Ach, ich darf nicht mal was sagen, okay. Nein, du bist was. Ja, sie ist dein Vormund, das musst du verstehen. Ja, nee, Kratos kriegt jetzt ein Solo, du wolltest was sagen? Hi. Ich sag ja, wir können uns nicht entscheiden. Ja, die Lady Serena ist der Killer, wir machen wieder ein Privatmatch, weil wir einfach keinen Killer finden in der offiziellen Lobby. Mal wieder eine halbe Stunde von Nüsse verschwendet. Oh nein, nicht die. Ich höre ich mich, äh. Lady. Freut dich. Ahaha. Oh. 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 Scheiße. War sie mal klüger. Hallo. Na. Ja. Ah, sehr schön. Frauchen killt mir dann den Kameramann. Das hört sich auch komisch an. So, wo hängst du denn ab? Äh, sie ist gerade auf dem Weg zu Kratos. Echt? Okay. Ach, du liegst ja noch. Nein. Ach da. Sag jetzt nicht, du hast dich gerade befreit. Nein. Ah, ich war doch gerade am Haken. Mist. Du warst gerade am Haken. Was? Wieso spackt das denn hier? Ich weiß es nicht. Ah, ey. Erst so Stunden in Lobby abwarten, weißt du, und dann noch nicht mehr funktionieren. Das nennt man Spieleprogrammierung 2017. Ich weiß, dass du schon wieder befreit wurdest. Hm, nicht von mir. Ich wollte diesmal auch extra nicht mehr. Von mir auch nicht. Ich bin fair. Die gnädige Darm. Stefan, bist du ein Fähr? Echt? Ich hab mich gekämpft und bin sofort weggegangen. Das stimmt allerdings. Also irgendwas? War noch nicht einmal ein Generator dran, Alter. Ich find hier keinen. Doch, ich hab... Ah, da. Ich hab einen gefunden. Ich hab schon ein paar gefunden, aber irgendwie komm ich zu nix. Oh, Alter. Ach, 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 ach. Oh, 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 oh. Hallo, Schatzi. Hallo. Da. Ja? Wie ist die aufgescheuchte Lühner hier? Das ist dein Spaß, ich weiß. Ist okay. Du bist denn schon, ja? Alter, ist die Map nur zwei Quadratmeter groß oder was? Ja, hab ich auch so, ist okay. Das hab ich echt verloren. Hä? Du Kacken, Hugo. Was ist das denn für ein Scheißdenk? Egal. Wie ist das Spiel so ein bisschen kaputt? Ja, heute wirklich. Ich hatte irgendwie Probleme, eine Kiste zu öffnen. Und wenn sie auf war, ist sie wieder zugegangen. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich pro Wochenende. Gesichtskontrolle und so. Warte, Matze, 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 Matze. Nein. Okay. Ja, warte nicht. Hä? Alter, was geht hier ab? Ja. Ja. Lady... Ah, da bist du ja! Eigentlich wärst du gar nicht dran gewesen, Frau. Oh. 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 Eigentlich ist das immer die gleiche Reihenfolge. Welche? Ich, du... Sag es nicht. Ja, aber das letzte Mal hab ich doch auch zuerst den Killer gespielt, oder? Stimmt nicht. Nein. Das zeugt wieder davon, dass du unsere Folgen nicht guckst. Oh. Hey, ich spiel ja auch teilweise mit. Ja, und dann weißt du es nicht? Hm, ich merk mir sowas nicht. Aber du merkst ja, dass du erster warst, was du nie warst. Echt? Felix, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Du... Ich? Ja, du hast doch die ganze Zeit Ruhe. Nein. Doch. Ich hab immer... Das ist ja egal. Ach so. Ja. Credidos, könntest du jetzt mal bitte zu mir kommen? Nein! Ach dann! Was machst du denn, Alter? Du warst wie ein Kruppel. Fisch? Ja. Ja, ich weiß. Oh nein, jetzt kommt er genau zu uns. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin weg, ich bin weg. Wer bist du gar nicht? Die kommt genau so zu. Doch, ich bin weg. Nein, tut sie gar nicht. Ich bin weg. Aha, deswegen... Alter, die Map ist doch echt klein, ne? Ja. Das ist echt ganz schön unfair. Ja, vor allem mit deinem Teleporter-Sack hier. Einmal teleportieren und schon ist sie da. Genau zu dem wollte ich gerade hin Du neee Wo seid ihr? Du machst uns fertig Serena Wir sind da Andaluke Ne, dauert leider noch 3 Generatoren Ja, oder 2 Leichen Oder 2 Leichen, ja, so kommt es natürlich auch so Kann man eigentlich die Gegenstände auch wegschmeißen? Oder tauschen? Ausprobieren Musst du mal untersteuern und nachgucken? Hm Boah, gleich Mach die Kiste einfach auf Mal gucken Es ist momentan viel zu ruhig hier, versteht mich mit euch Ja Ja Es gibt's doch nicht, ey Ja, ich hab Vortritte gewagt Hast du keine Ahnung Doch Ich hab keine Ahnung Einfach nicht deine Runde, wa? Nie, weil es überhaupt nicht vorangeht Natürlich geht's hier voran Wo denn? Wo denn? Du hängst immer noch im Keller Alter Ist ja gut, ich geh schon Du hängst nämlich Påst Abonnieren Ja, die hat gecappt und nur auf den richtigen Moment gewartet und bist, äh... Ah, hallo! Ja! Hey! Aber der Dinger war echt auf den Kicker, wa? Meine... Ah, wegen der letzten Runde! Welcher letzten Runde? Weißt du? Ja, wo ihr mich so getrollt habt, wo ich den Feinsteller gespielt hab. Achso. Ihr habt mich nicht getrollt, du hast einfach anders gespielt. Ich weiß auch nicht, was da los ist, wa? Oh, jetzt hab ich hier keinen Haken, oder? Nein! Wickel dich frei! Ja, hat er schon. Jetzt wird's aber langsam eng, Maiki, wa? Erfolgt sie dich noch? Nein! Ich brauch für meinen Typen echt neue Klamotten. Wo sind wir losgehen? Hm, hab ich nicht über. Warum nicht? Wohnung muss bezahlt werden, Auto muss bezahlt werden, Computer aufrüsten muss bezahlt werden. Nix Money über. Ja, und wo bleiben unsere 21080? Echt? Pfff! Hören wir mit dem Green Team auf! Nix da! Ja! Ich rede jetzt hier von Aufstocken und Hardware und sowas, weißt du? Ja! Du sag ruhig mit deiner 1070 da hinten! Ja! Geht ja auch mal dazu. Wird eben mal was zu können. Das ist richtig so. Meine Fresse! Gehst du wohl ab? Geht gleich! Okay, ich hab gehört. Scheiße! Tja Mikey, ich würde sagen du hast eine schlechte Runde gehabt. Außer in der Endlastelie, wohl gab´s gut. Ja. So, jetzt habe ich aber leider verpasst, wo die scheiß Tore sind. Lauf einfach da Mauer entlang, folge dem Geräusch. Piep 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 piee mhm Nee, zieh ab hier. Nix da! Oh da, guck mal, hallo! Geil. Scheiße! Was ist das? Oh ja, okay. Was ist denn? Vielleicht hast du so die Schnauze. Wir müssen abhauen. Abhauen, Jungs! Wir müssen doch schnell das Tor aufmachen. Hm. Gib uns ne Sekunde. Jo. Lady. Ja. Anderes Tor. Ah! Muss ich töten. Ja, was ist mit Absicht, Mann? Was glaubst du denn? Da kommt sie ja! Was kannst du eigentlich? Ah! Ich hab jetzt sogar stehen geblieben. Oh Mann. Ja, du bist gruselig im Gesicht. Schad, anderes Tor. Ihr habt doch gar keinen gesehen. Du musst auch schon deine Öhrchen mal aufmachen, damit man sowas hört. Ich wollt grad sagen, du musst einfach nur die Ohren aufmachen. Dann hörst du, Matze, doch. Schad, anderes Tor. Ich bin jetzt hier. Na gut, dann geh ich. Wieso? Wieso warten? Jetzt fär, zieh dich und zieh die Scheiße nicht in die Länge. Schad, hier bin ich. Siehst du mich nicht? Ja, ich sehe dich. Ich glaub, offensichtlicher geht's ja doch nicht. Alles gut. Äh. Darf ich dich doch hinmach hauen? Ja. Mhm. Äh, egal, ich hab dich zweimal am Haken gehabt. Ja, 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 ja. Mhm. Ja, ja, ja. Und Felix, nimm mal den scheiß Schlüssel daraus. Schlüssel? Warum? Ja. Äh, ich hab keinen Bock, immer einen scheiß Schrottplatz zu spielen. Ja. Hallo, Schrottplatz ist unser Leben. Ja. Okay, meine Lieben zum Show, wir verabschieden uns hier. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.